Wäre möglich, wäre möglich. Aber ich meine, auch das ist jetzt keine schockierende Sache. Dann hätte ich wahrscheinlich eher sowas. Ja gut, da könnte es dann natürlich polizeiliche Ermittlungen geben. Wenn du irgendwie sagst, die ganzen S***en sollen doch mal hier irgendwie eine Kugel in den Kopf bekommen oder so. Das wäre natürlich noch heftiger. Also wären denken wir hier nicht zu viel. Da könnte es dann polizeiliche Ermittlungen geben. Und dann könnte es sein, dass die... Aber wirklich können schon ausdrucken. Aber hinter den anderen Plakaten... Da ist es... Do not make it too much! S***! S***! No salary! No salary for today! No salary! Do not make it so much! You can't make it so much! S***! S***! I will nicht! S***! 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 Wir haben so viele Shots. Ich werde nicht mehr die Salary geben. Ich werde nicht die Salary geben. Ich werde nicht die Salary geben. Ich werde mich in eine sehr schönes Ausatmen. Das macht mich mehr wunderschön. Ja, ich bin nicht wunderschön.